Hallo Leute, ich bin LegendKiller und in dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen bzw. möchte ich euch live dabei sein, wie ich mir meinen Guardian Elite Pin aktiviere. Und ja, ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, aber ich werde es einfach mal machen. Ein Produkt geaktivieren, weiter drücken, ja, ja, ich stimme zu drücken und dann mal kurz eben den Code rausgucken und jetzt tippen wir uns hier mal ab. Es ist, ja, für die Leute, die es nicht wissen, was es ist, man konnte damals auf der ESL1 in Cologne, ähm, so, ja, so Sticker, was heißt Sticker, so Pins halt kaufen, haben, was haben die gekostet, ähm, ich glaube 12 Euro oder sowas pro Dingens und dann hat man halt so einen Pin bekommen, den man sich irgendwo anheften kann und den Pin könnt ihr auch, habt ihr halt auch in Real Life, ich habe leider damals keine Pins bekommen, aber der Guardian Elite Pin und der DAS 2 Pin sind sozusagen die roten Skins, sozusagen die teuersten, wie normal halt, wenn ihr Kisten öffnet und, ähm, ich werde jetzt einfach mal mein Pin hier aktivieren und ich habe mir direkt den Elite Pin da gekauft für 85 Euro und, jo, aktivieren, zack, okay, und aktiviert, wechseln wir kurz, Moment, Aufnahme auf CSGO wechseln, ihr kriegt jetzt ein Blackscreen, wir gehen mal ingame, ein neuer Gegenstand, oah, und da ist er, da ist er, als Abzeichen ausstellen und untersuchen, boah, sieht schon geil aus, muss ich sagen, es sind halt diese Abzeichen, die ihr hier oben immer habt, ich habe auch noch hier Operation Bavo, Phoenix und jetzt auch noch den Elite Pin und ich dachte mir so, jetzt wo die Ausbildung angefangen hat, gönnst ihr dir mal was und dann habe ich mir mal den Elite Pin gegönnt und ich finde, der sieht schon, boah, sogar echt ist der, sieht schon richtig nice aus, ich finde halt doof, dass ihr ihn nicht in echt habt, habt halt nur den Code bekommen, weil ich glaube, wenn ihr Code plus den echten Pin haben wollt, seid ihr so locker 200 Euro weg und ich dachte mir, komm, ingame reicht, der normale Pin würde, glaube ich, eh nur irgendwo hier vergammeln und, jo, das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe mal, es interessiert ein paar Leute, aber ich finde den einfach mega geil, ich habe schon Gänsehaut und bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, ciao!